Fahrer nochmal wechseln, nochmal was anderes nehmen. Schalten wir mal an den zu rein. Ja, ich geh auch nochmal was anderes nehmen, mal gucken. Genau. Wieder mal versuchst, den Adler noch auf mich zu schießen, ne? Mal, grüßt du. Was? Der Adler, der ist knapp auf meiner Brüche vorbeigeflogen. Ach, die Baby nimmt's auch? Oh Gott, jetzt muss ich noch einen anderen Charakter nehmen. Warte mal, jetzt muss ich noch nicht alles das gleiche nehmen. Warte, ich kann auch was anderes nehmen. Nee, Baby hat den gleichen, wie ich gehabt. Ach so. Warte mal, ich will ja auch was anderes nehmen. Ah ja, stimmt, ich bin Metal Sonic, ihr seid der Shadow, stimmt euch, das kratzt. Dann nehme ich Silver. Also einfach, weil ihr so weit seid, ne? Bereit, bereit. Markus? Ja. Für dich immer. Für dich, das gehört, für dich ist ja immer breit. Aber das Spiegel hat auch irgendwie was schon, ne? Was denn? Das gespiegelte. Sagen wir mal so, die Strecke, die letzte war jetzt relativ anspruchsvoll, aber davor, die waren eigentlich relativ einfach. Aber ja, tatsächlich ist es mal was anderes, ja. Ich wäre bevor diese Mario Kartstrecke mit diesen Autos sei, Alter. Also, ich sage mal so, ich glaube, die Autos in dir entgegenkommen, ey. Ja, weil sie die Todstrecke, die waren vom N64 oder was? Ja. Das geht eigentlich, habe ich alles, habe ich alles gemacht. Rückwärts wäre, glaube ich, herausfordernd da, als zu spiegeln. Ich will das Spiegeln jetzt nicht so herausfordern, wie wenn man jetzt die ganzen, also wenn man Spiegeln andere Richtung fahren müsste, das wäre herausfordernd. Also, ich kenne auch die, die, die Tröcke, die kenne ich tatsächlich als rückwärts. Wie gesagt, ich bin ja gefahren. Ich muss ja alles auf Gold haben und dann kann es, kriege ich die Spiegelchen schrecken noch. Das ist ja auch mal nicht geil, aber das müssen wir, dann machen wir, könnte man irgendwann mal machen, wenn man sich privat trifft oder sowas. Ich will Mario Kartletz play. Und dann 3er-Modus, aber das wird wohl in naher Zukunft, ich will. Kettel in 3er, okay, gut. Das wird wohl in naher Zukunft nicht passieren. Ich meine, das liegt ja an Baby, aber nicht, anobtigst ja nicht, Markus. Wir wurden ja nicht weit weg voneinander. Du meinst, es liegt dann an Yvonne, ob wir ein 3er haben oder nicht, okay. Ja, klar, die muss ja, die muss ja willig sein. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Du hältst mich nicht auf. Alter. Irgendwas kommt die Gapte. War, die wird Raketen scharf geschossen. Das kennen wir doch, dass du irgendwo drauf gehst. Ja, bei mir. War, ich habe es leider nicht durchgeschafft. Ja, ich habe es gesehen. Ich wollte eigentlich da die Wart durchgehen, aber bin da wo nach links ein bisschen weggekommen bin in die, in den nächsten Stein. War, ich dachte, was geht hier ab? Ich habe die ganze Zeit, um... Ja, weil... Das ist jetzt nicht der Plan an der Sache, dass du mich noch überholst, da hin. Herzhaft. Da habe ich einer noch überholt. Da habe ich einer noch schön überholt. Bis dritter geworden, deswegen. Da habe ich mich mal ein anderer Lieblingscharakter hier in dem Spiel, der Metal Sonic, den spiele ich auch gerne. Ich habe jetzt nicht mit dem Silber, aber ich habe meinen goldenen Endling. Auch hätte ich das nicht geschafft. Ich habe gesagt, ich wäre gerne zweiter geworden. Ich habe mich in der letzten Kurve doch in dem Boot. Wir waren das. Chails. Schon wieder wie der. Ach. Ich habe mich in der letzten Kurve doch auch 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 in Rät Nummer zwei. Oh Mann, Baby. Sei doch lieb zu mir. Hau drauf. Ja, das Rett schon gewonnen, der muss jetzt erstmal auf die Socken kriegen. Was ist denn hier los, machen denn alle hier hinten? Du magst es doch. Wie cool die Musik hier drin schaltet, alter. Das ist dann auch noch quasi mit rübergebracht wird. Was schiebt denn da von hinten auf der Welt? Geh weg. Das ist doch genau dein Ding, oder nicht? Boah. Boah. Das ist dein Ding. Komische Quale da. Ja. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Hö, 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 hö. Letzte Runde. 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 Ich will nur Sie. Trotzdem bist du noch vorne, Markus, weil ich als erstes nur dritter geworden bin. Ach, ja. So, Renn Nummer 3. So, Renn Nummer 3. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Mann. Mann. Alter. Ja, ja. Aua. Kommst du nicht weg. Knatsch geht das nicht los. Ich krieg wieder zurück, ja. 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 Die ultimative Lebensform. Oh, oh. Das war es einmal reich. Das war doch nicht alles. Oh, Alter. Du warst einmal eine Rakete ab, du kriegst die nächste direkt jetzt hinterher. Ja. 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 Das ist die einzigste Stelle für die Steine, wo man mal wirklich die Möglichkeit hat, drum rumzufahren. Oh, Alter. Ich komme aber auch nichts hier weg, weil ich mal einmal irgendwas habe, kriegst du eine Rakete und dann war es auch immer noch hinterher. Ach, Mann, bleib doch mal da, wo du bist, ey. Soll ich noch ein bisschen dran kommen, ne? Ja. Ja, ja. 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 ist die nächste schule vorbei ich komme hier nicht weg momentan bei diesem sechster siebter momentan das hat es nicht wenn überhaupt ich bin sogar nur achter auch ja ist ja gut habt das jetzt ich musste davor dringeln trotzdem noch erster geworden baby da willst du vor dir einen abschießen was das war ach man ist doch schlecht mit dem vor den abschießen der da ein bisschen während ist was macht er ein bisschen überholt und der kriegt das noch ab es war nichts das wird nichts du hast ich habe ein nach dem anderen gekriegt eine rakete hintereinander drei vier stücke teilweise weiß ich weiß ich kenne das alles genauso habe ständig eine reingebaut da bist du sechser gewesen und alles von und dran und da wirst du noch von zwei idioten überholt das ding ist durch schade ich Okay. Was ist das? mann ihr habt das genau vor mich gesetzt dann am ende ich habe noch kein item gehabt heute in dem rennen gezielt da kriegst du das stein ich werde schon freut und leiden liegen manchmal ziemlich nah beieinander bei dem stehen hier dankeschön wir wegschieben mann mit der luft muss ich natürlich noch vordrängeln und war das ding davon heute haben wir es ich höre nur hinter mir dick 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 haben wir es jetzt auch leute mann im als retter Oh. Nein. Nein. Oh. Boah, diese ewigen Vordringer noch. Mein. Lass mich drüber. Boah. Schade. Oh. 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 vom ziel noch ein bisschen zwei leute noch ich war zweiter genau für die auf der zielinie man das ist das kurz an aber egal ich hätte marcus so gerne noch geholt weißt du da mischen sich die anderen noch mit ein wie sondern scheiße wenn beide noch vorbeigerutscht sind tates und stings das war definitiv heute nicht das war nicht heute meint definitiv nicht das hatte sehr souverän gewonnen markus definitiv glückwunsch man echt jetzt also es ist zweimal ich passiert zweimal selbst wenn er noch in der letzten kurve der letzten moment auch vorbeigerutscht ich habe auch im ersten rennen wo ich auch nur dritter geworden bin so probleme jetzt erwartet den charakter nervt dann irgendwann selber so ok